Guten Morgen von der Hohen Tatra, jetzt machen wir mal einen Spaziergang. Es ist schon viel los. Spaziergang der Hohen Tatra, jetzt machen wir mal einen Spaziergang. Wenn man da hinauf schaut, das ist die lange Abfahrt, die ist 15,2 Kilometer, wir werden die Hälfte Abfahrt nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020